mann das ist so scheiße ich verhangs immer wieder fuck alter ich verhangs immer wieder aufzunehmen mann ich lauf hier schon seit stunden rum ich weiß nicht warum ich die eis kurz alter Achso Ja 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 Scheiße, du Fotzenhund, ich will hier raus, Mann. Was ist das für ein scheiß Level? Wie komme ich denn da runter? Verdammte Scheiße. Oh, Mann, ich muss da runter. Mann. Du Scheiß-Fortsetz, lass mich runter. Was soll die Scheiße, Mann, Leute, es ist nicht mehr witzig, ohne Scheiß. Ich renne hier schon seit Stunden rum und es gibt einfach keinen verfickten Weg. Ah. Na so, geht doch, verdammte Scheiße, Mann. Mann, ey. Geht doch, heilige Scheiße. Was ist denn das für eine Transe, Alter? Geht doch, was ist das für eine Transe, Alter? Was? Was? Halten Sie sich für speziell? Wir wissen doch nicht. Ich bin auch speziell, Mann. Wir alle. Seien Sie still. Wo ist er? Hey. Langsam. Kommen Sie. Gehen Sie den Torf an. Ein Teil hat sich an seinem Fuß verschanzt. Wir müssen mit einem Container runter in den Canyon. Ganz ehrlich, kein Schiff. Gut. Da kommt er rein. Aber nie mehr raus. Sie sind hinter mir her. Obenauf. Der Plattform ist eine Tracking-Datenbank. Sind Sie den Zersteller? Habe ich eine Chance für das bekommen? Ich habe es. Mal sehen, was ich tun kann. Mehr habe ich nicht. Bleiben. So, da müssen wir jetzt das Teil da oben holen. Okay. Dann machen wir das mal, ne? Einfach nicht mehr sterben, Digga. Ich kann es jetzt nicht erklären. Du musst mir vertrauen. Ja, dann vertraue ihm doch, Alter. Ist mir doch scheißegal. Ich habe hier eine Mission zu erledigen. Hier ist was. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Da ist noch einer unterwegs. Oh, shit, Alter. Nicht mit mir, Digga. Nicht mit mir. Ich bin jetzt. Ich bin hier. Ich bin jetzt. Ich bin da. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin schon los. Erkennung versucht immer noch zu bestimmen, wer er ist. Das Treffen dauerte circa fünf Minuten. Ein Paket wurde ausgetauscht. Das Subjekt ging dann in Distrikt 47. Der Sichtkontakt brach ab. Eine Akustikdrohne zeichnete ein Gespräch zwischen dem Subjekt und einem zweiten Mann auf. Er wurde als Zeus identifiziert. Transkript der Aufzeichnung kann auf Stationsserverdatei X-Ray 7 Gamma 5 eingesehen werden. Das Subjekt blieb für circa sieben Stunden vor Ort. Das Subjekt war Zeus unter Zwang körperlich zu willen, um sich dessen Wohlwollen für zukünftige Aufträge zu sichern. Dann ist das Subjekt in ihr Domizil zurückgekehrt. Die Überwachung endete um 21.00 Standardzeit. So. Jetzt muss ich kurz schauen. Wir haben noch sechs Minuten. Okay. Ähm. Ja, jetzt muss ich da nach hinten. Eines habe ich jetzt glaube ich schon, ne? Ja. Ich muss die Datenpakete ansammeln. Achso, ne. Ich muss hier hin. Hm. Was mich da wohl erwarten wird? Ich weiß es nicht, Leute. Ich schätze mal ein Bosskampf. Ja. Hm. Mal gucken. 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 Zeus, hier ist 18. Hören Sie. Ende. Zeus, bitte kommen. Ende. Okay, wir müssen da runter. Dann würde ich mal sagen, machen wir das jetzt. Oh, oh, oh. Ohne mich, Digga, ohne mich. Da gehe ich nie im Leben runter. Nicht mal für 100 Euro. Nein. Nein. Ich bin auf den Tag, an dem meine Kindeskinder nicht mehr wissen, was Unterdrückung ist. Und Teil einer Welt sind, die sie als das akzeptieren wird, was sie sind. Was immer auch gesagt wird. Welche Lügen verbreitet werden. Es ist wichtig, dass du weißt, dass ich... Ich glaube, ich bin jetzt schon nahe... Oh ja, jetzt muss ich schlaufe. Ich muss die Scheiße finden, Digga. Es ist meine Frage der Zeit, bis die Männer sich in den Grundarbeiter nötig zu sehen. Achtung. Dieser Mann. Man sagt, ich habe vor, ich bin ein Verstandort, Gott. Und der zwei. 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 Halt auf! oh scheiße leute ich muss kurz die verladen den verladen runter machen es blendet mich zu sehr was hat denn jetzt wird zukommen so jetzt muss ich wahrscheinlich genau darüber dann können wir wahrscheinlich ein wenig wählen keine rolle das reicht genügend dann werde ich hier nein 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 nur weil ich jetzt wo alter schwede nur weil ich chips geholt habe man scheiß elende fotzen ja du halt die schnauze da drüben du scheiß fotzen piepsteil ist wirklich die aufnahme wird gleich beendet sein leute es kotzt mich an da runter aber es ist es ist es ist es ist